Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Island, meinem kleinen Minecraft Let's Play. Ich habe hier immer keinen Plan, was ich hier tue. Genauso wie jetzt. Wo wir stehen geblieben waren. Also der Selbstanziger sieht leider immer noch so aus. Aber wenigstens der Hase ist drin geblieben diesmal. Der Paragon, schön da drin bleiben und rumhoppen. Und rumhoppellen. Da gehe ich immer nicht dran, ich will gucken. Ob das Eichhörnchen noch da ist. Die gute Flauschi. Hm. Also ich sehe sie nicht. Kann auch nicht nah rangehen, weil sonst... Macht's Aua. Und dann gucken wir mal nach der guten Maddy. Die ist auf jeden Fall noch da. Das sieht man sofort. Das ist schön. Die schwebt da irgendwie rum. Auch schön. Und die kreischt uns die Ohren voll. Am besten machen wir uns jetzt auf die Suche nach Clay, würde ich sagen. Nein. Erstmal wieder den richtigen hier finden. Da ist er. Hallöchen. Dann gucken wir mal nach ein bisschen Clay. Und jetzt ist da hier schon was. Da sehe ich nur Ember. Das ignorieren wir jetzt alles mal einfach. Was ist das? Das ignoriere ich mal nicht. Ich wissen möchte, was das ist hier. Ach, Fossilien. Das ist aus dem... ...selben Mod, wo wir die Tiere her haben. Mombobs Mod, oder wie das heißt. Bin mir grad nicht sicher, wie das heißt. Aber irgendwie so. Da kann man so Fossilien finden, aus denen man sich dann auch diese... ...Saurier und so machen kann. Da haben wir Clay. Na, ein bisschen höher. Können wir uns nämlich endlich ein Waschbecken machen. Müssen wir das Haus ja mal weitermachen. Aber ich möchte vorher, bevor ich da mit dem Haus wirklich weitermache... ...noch mal mich mit ein bisschen mit Soundcraft beschäftigen. Na. Ich werde nicht so viel rummeilen, wenn wir abbauen. Jawoll. Na. Na. Was, ich will alles. Gah. Da. Da komm ich jetzt nicht hoch. Das ist mit dem Saurier, ist ja zu breit. Hä? Wieso? Aha. Der nimmt vier Felder in der Saurier. Oha. Mist. Ah. Jetzt geht das noch so ein Stückchen hoch. Echt, das gibt's nicht. So. Mann, ist das ne Geburt hier. Ja, da haben wir noch Clay. So. Wie viel haben wir jetzt? Ich bin auch schon über den Stack. Dann können wir eigentlich nach Hause, es wird eh dunkel. Dann können wir uns ein Waschbecken basteln. Äh, nach Hause wollte ich. Na, das ist zwar noch was, aber... Egal, jetzt. Ab nach Hause. Ja. 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 Ich muss aufpassen, um nicht zu nahe zu kommen. Der macht böses Aua-Aua. Der Säbelzahn-Tiger, die gute Sarah. Ja. Ja. Da ist die Flauschi. Ich sehe sie da hinten. Schön alle da und ich hab vergessen, dass ich... Waschbeck machen wollte. Ah. Hab ich jetzt. Alter. Äh. Ich wusste nicht, dass man die in Blöcke spawnen kann. Also das ist ein bisschen... Na, ich weiss ja nicht. So. Mal ganz viel davon. Denn... Wie war das? Ich muss jetzt mal gucken. Tippe am besten ein. Dann geht's schneller. Küchen wollte ich haben. Die muss ich erst mal brennen. Okay. Da ist kein... Oh oh. Kohle müsste ich mal wieder besorgen, oder? Gucken, ob ich hier irgendwo Kohle drin hab. Gut, da ist nix. Das ist Ink-Sack. Hier haben wir zwölf Kohle. Mal da mit rein. Da haben wir keine Kohle mehr. Nein. Doch, auf damit zu spawnen, ey. Das ist ja... Das ist ja schlimm. Ein Fossilchen packe ich mal weg. Das genauso. Und das noch ein Fossil. So. Irgendwas drauf. Äh. Nein. Zähnen haben nix. Na gut. Fünf. Ich weiß gar nicht, ob die reichen. Eisen. So. Da. Das reicht schon. Cool. Reicht für ein Waschbecken. Bauen wir das mal ganz schnell da ein. Das machen unsere Blümchen. Oh. Die sind schon gewachsen. Aber die brüllt uns wieder die Ohren voll. Wieso? Wieso? Eigentlich wollte ich das ja... Muss ich das mal wieder wegnehmen. So kann ich... Obwohl man das abbaut. Wahrscheinlich nicht da, sondern mit nem links. Äh. Axt. Eigentlich das kann hängen bleiben. Dann den Schrank mal... Dahin. Und dann die Spüle dazwischen. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, doch. Der Vorteil der Spüle ist, man kann sich da auch immer Wasser rausholen mit nem Eimer. Wo das jetzt ja hier nicht so nötig ist. So. Da kann man auch Sachen reinlegen. Genau, wenn die Dinger haben, das wisst ihr ja schon. Tisch haben wir auch. Auch wenn das alles ein bisschen einfach aussieht. Man kann sich da auch raufsetzen. Moment. Äh. Mist. Ah, jetzt sieht man es ein bisschen. So. So sitzt man dann da am Tisch. Ist doch schön. Da. Gut. Dann mach ich mal jetzt erstmal das Flichtprogramm. Also ein paar Sachen hier hinten. Ah ne, da kann ich ja keiner. Hinsetzen. Blub, blub. Ah. Die brauchen auch noch einsammeln. In so einem schönen Teich. So, wie sieht es da unten eigentlich beim Feld aus? Ja, das kann doch. Die Karotten sind eh voll. Also Essen haben wir erstmal vollends genug. Springt dann mal gleich da hin, wo man hinläuft. Ja, das kann ich nicht. Gruselig. So, dann packen wir euch mal weg. Obwohl. Da ist es da drauf. Pflanze und Wasser. Dann nehme ich doch mal mit. Vielleicht brauchen wir das ja. Ich bin mir unsicher, was man noch so mitnehmen kann. Das kann man mal nehmen. Baummehl. Davon haben wir so wenig. Hm. Das ist jetzt Linge. Und hier wieder das und den. Gunpowder nicht. Hier das für Magie, falls Magie drin ist. Wie immer, ihr kennt das hier inzwischen. Ah. Ein paar Knoppen noch. Ein paar Knoppen noch mit. Das. Man bräuchte es ja nie. Oh, nehmt den Bogen mit. Spinnenaugen. Hm. Haben wir schon sowas für Dings? Ja, dafür ist das Redstone. Nehmen wir mal. Gold noch mit. Keine Ahnung. Und Diamanten werden wir auch brauchen. Vielleicht. Keine Ahnung. Ist da drauf? Dieses eine da. Na, das lassen wir jetzt mal. Das nehmen wir dann ganz zur Not. Ein bisschen los. Keine Ahnung. Boah. Dann wird das noch mit. Brauchen wir vielleicht die Knochen nicht. Das für Erde und das noch für Fraktus. Das ist nur Wald. Na gut. Gucken wir mal nach. Ich wette, dass wir da noch Papier brauchen. Aber. Wir sind ja schlau. Wir haben ja hier ein Crafting Table. So. Fangen wir mal mit dem an. Oh. Ist gleich mit drücken. Bei dem Ding manchmal. Bei dem Ding manchmal. Oder auch nicht. Doch. Fraktus ist mit drin. Ups. Bisschen zu oft drauf gedrückt. Der war schon längst fertig. Erde. Ist ja auch mal auf Rot. Ist nicht mit drin. Dann machen wir mal wieder auf Grün. Geht nicht so viel verloren. Schnee. Ich wette, dass Gallum auch nicht drin ist. Nein. Und Feuer? Jawohl. Ich frag mich, warum das mal so glänzt. Oh. Aha. Jetzt wissen wir schon, dass Permutatio brauchen. Das haben wir nicht irgendwo drauf. Ne. Dööö. War bei den Eiern mit drauf. Das heißt, wir brauchen Eier. Na gut. Dann guck ich mal nach Eiern irgendwo. Ich muss mal Hühner anschaffen. wir können ja das flauschigehege dafür benutzen und weiter zieht dann keine zieht natürlich ich doch gleich mal ein bisschen das ist das nicht hier rein ist hier überhaupt da drin haben doch jetzt schon den extra container muss man den kompletten nehm ich mal nein das ist ein briggs was man weg zurück machen muss so